Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Wer umarmt den kleinen Igel aus dem Jumbo Verlag näher zeigen. Das Buch hat 40 Seiten, kostet 16 Euro und wird ab vier Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um einen Igel, der eines Tages das große starke Bedürfnis verspürt, jemanden zu umarmen. So macht er sich auf den Weg und fragt verschiedene Tiere, wie zum Beispiel hier den Elefanten oder auch dann den Bär. Ja, doch leider haben die Tiere einfach viel zu viel Angst vor seinen Stacheln und finden immer irgendeine Ausrede. Bis er auf Pelle Fuchs, das ist ein Mensch im Fuchskostüm, trifft, der ihm tatsächlich dabei helfen möchte, zu seiner gewünschten Umarmung zu kommen. Er baut unter anderem zum Beispiel eine Umarmungsmaschine, die jedoch der künstlichen Umarmung keine Wärme schenkt und der Igel wird nur noch trauriger. Doch Pelle gibt nicht auf und ja, als dabei dann aber ein kleines Unglück passiert, greift Igel ein und rettet Pelle, der sich dann wiederum durch eine Umarmung revanchiert. Und ja, wie darauf dann die anderen Tiere reagieren und wie der Igel damit klarkommt, lest ihr am besten selbst. Aber ich war ein wenig überrascht vom Ende, kann ich nur sagen und konnte es ehrlich gesagt auch nicht ganz so einordnen. Die Bilder finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so ansprechend, aber das ist absolut Geschmackssache. Die Geschichte selbst zeigt zu Beginn, wie sehr wir uns alle einfach nach Wärme und Geborgenheit sehen und wie wichtig das ist. Und am Ende kann ich nicht ganz sagen, was das Buch aussagen will. Also falls ihr es gelesen habt, schreibt mir gerne, wie ihr den Ausgang bzw. die Reaktion des Igels findet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Den Link dazu gibt es wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut! Das war's gut!